Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, wir haben hier mal unser Zwischenziel erreicht. Das ist dieser sogenannte Steinbruch, der in Wahrheit gar kein Steinbruch ist, sondern ein riesiger Grabenabbruch. Also wenn man dort unten steht, wir werden dann hinuntergehen, fühlt man sich so richtig klein. Und das sieht man von der Autobahn unheimlich gut. Wir kennen das alles von der Autobahn und wer macht sich schon die Mühe mal hier hinauf zu gehen. Aber doch beeindruckend, richtig beeindruckend. Und wie gesagt, kein Steinbruch, das ist ein Grabenabbruch sozusagen. Und der ist richtig groß. Und da hoppeln wir jetzt gleich weiter hinunter. Ende.